hallo und willkommen zurück grounded unser spiel wir sind hier im multiplay wie man wahrscheinlich unschwer sehen kann allerdings im foto modus und das wollen wir natürlich ändern wir wollen natürlich was schaffen okay hier geht es nicht auf der seite wo bist du gerade auch da bist du nahm glatt ja ja ich meine das glatt sieht ja eigentlich auch schick aus also ist mir eigentlich schon wieder viel zu zugebaut aber ist okay ach so die stänge fählen noch hat man da noch nicht liegen ja ich stecke dich da jetzt rein warte mal aber ich habe nur noch einen moment auch ja fünf ich habe fünf in der hand was moment wieso zeigt er mir ich kann nicht bauen geht er mal raus und es muss ich jetzt auch noch aber ich glaube da habe ich was dabei dafür wieso gras ja du hast keine strengen ja aber doch links hier nach da schon müsste doch so bieteile geben oder also jetzt von den ständen her und die mannach da ist es nicht ja da hinten auch ich will genau das linie machen geht auch weil ich mein weil wir jetzt ja mit klee und den den ja doch schon stengeln klee und stänge das gebaut haben da würde ich sagen ist doch besser wenn wir das mit stelle machen ja genau okay aber das also machen jetzt okay wir wollen das doch gleich 3 ok so drei stänge her ja ja okay es ist ein bisschen zugig aber na gut wir fehlen ja hier nicht da komme ich glaube ich ganz gut mit zurecht ein krautschlinge acht stück pro palisade ja gut okay das sind auch acht weißt du was da hole ich erst mal bei er hat er mich eingesperrt hier ich hole noch unkraut ja und das kann ich jetzt ja nicht mitnehmen naja gut da hinten ist noch ein tropfen essen müsste ich auch da hinten sind unkräuter ich habe zwar da hinten schon was gehabt allerdings das hier ist irgendwie näher dann nehme ich die ich weiß ja nicht ob mir sehr schon da hinten gewesen sind wir die vielleicht weg geholt hat irgendwo war ich auf jeden Fall schon wie bitte ich war überall schon mal verdauen nur so wieso habe ich jetzt so in drei stänge komm komm doch diesmal sind es nur fünf geworden wo also drei hatte ich an mir hier hat ihre nur entschuldigung das ist mir zu wenig ja ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß gut dann erst mal hätte ja das hat das hier ist nicht das beste aber letztendlich ist funktioniert ja leute tut mir leid es ist ein wenig das sind richtig krass viele hier wieso kann ich die jetzt nicht aufnehmen ach so das ist gar keine alles klar inventar ist voll achter haben war krass das gut die stelle ist gut ja ich brauche träger ich bin auch gleich da das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus ja er ist da gewonnen ich hatte nur acht dabei das reicht ja gerade für eine palisade nach ja okay okay ich werde es mir merken ja kann ich sagen das ist ein ziemlicher zeitaufwand mit den ganzen ja besonders war das zeug ganz schön weit weg ist ich habe hier noch gut wir haben hier haufen weiße stänge die auch nachbauen und auch stände ja klar die sind ja auch hier hingefallen weit verstreut das ist alles von einem gut ja und was noch von verfolgen ja das macht ja gar keinen sinn ich hau lieber die ganzen ja was soll ich sagen also es war ja auch so was waren das fünf stück oder so kann man das liegt daran dass du zu lange gehauen hast und das lag daran weil du keine ausdauerart ist da kann ich dies dafür doch nein jetzt habt er ja viel mehr puste ja es hat aber auch viel mehr puste ich habe doch ihnen das super atmen geschenkt sozusagen also aktiviert da nichts ja nicht sieht aber daran dass du jetzt gegessen hast es fehlt uns da seine und ja schon eigentlich kann ich durchlaufen sehr gut das habe ich nicht so nein ich habe nicht hunger die konnte darauf dass ich mir habe ich habe aus knurren gehört 9 9 9 9 9 gut dahinten liegt nur noch einer dann würde ich sagen glaube ich da nicht hin aber pflanzenfaser dann nehme ich noch mit auf dem weg reichlich denn wir brauchen ja noch grobes sei richtig komischen die sprösslinge ach so ja ja so kommen wir haben wir jetzt 13 das war auch nicht so viel lauf 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 den nehmen wir noch mit und kinder auf und sprössling zumindest schon mal einen ich habe ein sprössling mit ich habe schon was hast du 11 ok jetzt habe ich 12 13 14 ein kann ich noch keine mit dem gut lauf 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 was schweißt du denn so ich stelle mich an ich arbeite hier ja ja die arme hoops lässt sich wieder ordentlich ackern ja die kann ja so wie dann nur eine palisade logischerweise ich glaube das war keine gute idee mit der palisade das würde ich auch jetzt haben wir hätten wir schon diese binnenrutsche oder seilrutsche denn wäre es ein bisschen einfacher aber ich halte nichts davon wenn wir mitten in der map einfach mehrere größere türme hinsetzen und da das ganze holzlangen schienen bin ich habe das richtig gut sprösslinge haben wir hier noch welche ja mal bitte dann laufen wir halt ein bisschen ja jetzt nicht kommt zeit kommt rat genau so ob es neue wie oft kann ich reichlich sehr gut ja reichlich nicht aber schon mal einige jetzt die herstelle kommt einer noch ja schon mal irgendwas fertig kriegen hier so und so so ist vielleicht dann nicht mehr durch logisch ja öffnen mit wieso hast du da zwei türen gemacht und ein doof aussieht für jeden eine arbeit wo hast die in der öffnung falsch gemacht naja wenn ich doch die gehen bei nach links auf ich kann sie nicht drehen doch das ganz einfach so ein bein da muss ich aber erst mal abbauen ja und was soll ich ja nicht aufnehmen jetzt na gut sondern erst mal hier ablegen jetzt kommt sie nicht rein mit diesem komischen wurschtelhorn oder was ist da ist würde ich sagen das ist dann die rechte seite erstmal die tübe darf die ja auch ja warum nicht ich habe ich wollte ich glaube da ist mir jetzt so was uns wasser gefallen also beim abreißen da kann ich ja nichts für mal gucken ich habe den stengel endlich so herstellen sei gut ich will stengel sind hier vielleicht näher geht zur dose geht zur dose bin auf dem weg zur dose das ist wirklich ein bisschen zweideutig an wenn du das sagst mit danach hubs das hört sich nicht falsch an wenn du ständig sagst du gras holen gehst oder stänge ja vielleicht ein bisschen es könnte sein wenn ich schon mal hier bin trinken war gleich noch was und weiter geht der löwenzahn war meine ich auch stänge dann machen wir das löwenzahn oder pustelblume löwenzahn mal gucken dann eine pustelblume haus bringen die liga mit die leiter die was die leiter mitbringen wenn du eine pustelblume haus hier ok die ausbeute war jetzt so ziemlich schwach ja ist halt löwenzahn und keinen richtigen stänge was habe ich noch ist richtig schwach dieses mal aber hier liegen ja noch welche rum ob die jetzt von mir sind ne ich glaube von vorher er sieht ganz schön lustig aus hier der kleine piet mit so einem riesen stapel da auf der hand der junge 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 aber vom menü her sieht es eigentlich aus wie momentan ist ja acht angezeigt dass da möglicherweise noch zehn drinnen sind mal schauen vielleicht wird das ja mit der zeit noch und es war natürlich sehr schön groß haben wir hier ich muss denn sowieso irgendwie anders hinbauen warte mal hier ist der andere unkraut stänge mit der lager wohl nicht da also die xbox server ne also die sind echt schön ja ist brutal ich habe auch heute beim einloggen ewigkeiten gebraucht weil ja xbox netzwerk so langsam dass man mir den host nicht gestellt hat also erstellt es war echt ziemlich ätzend umstellen geht auch dann brauche ich denn doch lieber so hin du musst ja nicht mehr hoch springen wie besser ja ja als ich den gebaut habe konnte ich das ja nicht ahnen nein ich wusste ich dachte ich könnte auch von unten dran kommen also irgendwie mit entnehmen oder sowas das geht so nicht so herstellen ich hätte gerne noch so ein saft sammelding ein entsafter so eichelkappe und kraut stänge brauche ich dafür auch ist egal schon mal dran bauen wenn es am boden ist dann kriegen wir den saft da nicht raus nun verschwindet das ja auch im boden und da will ich ihn auch nicht dann kommt er dahin ja viel besser du kommst schon komm an der stelle ist echt nicht so schön ich mache das von oben glaube ich das sehe ich wenigstens ob ich da was entnehmen könnte es kommt doch da hoch steht sich aber auch wieder an das funktioniert so auch nicht oder vielleicht so kommt schon wo mitten im klee warum nicht einfach mal ausprobieren dann machen wir noch einen hin ja ok vier stück ich denke mal das reicht die müssen wir jetzt nur noch fertig bauen naja so cool wie ich dachte sind sie jetzt gar nicht geworden also mit der perspektive mit einer baukamera wäre das definitiv einfacher definitiv bin ich mir schwer sicher klar so es ist ich komme mit dem menü hier wunderbar klar und viele andere ja auch ja 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 gewöhnt die können das auch besser machen mensch das geht also musst du halt aufpassen dass du beim bauen nicht gekillt wirst und das kann man ja trotzdem machen das kann man ja trotzdem machen das ist ja nicht das problem ne bei baukamera ist ja blöd dann siehst du ja nicht wirklich was so reicht doch aus wenn du eine anzeige kriegst von wegen wird angegriffen oder die musik geht an mal wieder das ist so vollkommen in ordnung da sagst du so das sagst du so ja so so kommt der daten und wenn ich den mal dahin ja fast gut kommt ein bisschen besser geht es noch ja egal das bleibt jetzt so egal also das bräuchte ich kappe unkraut stängel und grobes seil das heißt sammeln 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 und die pilze lasse ich jetzt so sein ja inzwischen haben wir hier alles abgegrast und abge pflanzenfasern alles weggegrast hier es ist jetzt 20 uhr wenn ich gut wenn wir weiter draußen umlaufen ach du meinst wegen wolfie ja ja okay kann man machen bist du ängstlich nö ich bin ja nur um dich besorgt weil du hast ja so eine tendenz zum sterben kann man so nicht sehen weißt du auch Mut zur Lücke ich glaube du scheinst deine Folge nicht zu schauen ach den hack ich hier auch noch um doch 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 ja es wäre manches vielleicht vermeidbar aber manches ist eben halt nicht vermeidbar so wie die sonntagsfolge und mein krank schnell anpacken hier okay hacken warum schon okay da ist eine außenbeleuchtung angegangen sehr schön warten 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 ja und dusch habe ich langsam auch schon wieder das dauert man sich mal so lange nein nicht drauf geachtet ist meine energie fast leer gewesen hier ja super und jetzt gut ich höre hier irgendwo die rat net spinn profen naja mit tafel gut machen wir das auch geklärt lauf so ja ich weiß ich hab du wusst so und okay ach ja ja ich habe habe ich jetzt trotzdem nicht neuer gut was soll es nicht so schlimm ich brauche moment eins pro also insgesamt drei bis was soll jetzt gedrückt nein nie passiert was geht so durch das kann natürlich sein ja und kreut stengel 1 von 5 so ich möchte das bauen und es geht nicht doch jetzt geht's da brauchen wir das nicht mehr und hier brauchen noch zwei dann bau doch auch jetzt okay gut dann würde ich sagen wir schauen mal dass wir jetzt zum zelt kommen das hier lege ich noch weg mit beleuchtung schön gut sieht das aus sehr schön okay ablegen jo hervorragend dann würde ich sagen der anfang ist gemacht dann bis zum nächsten mal ciao tja eu